... Normalerweise explodiert eine Granate gleich beim Werfen. Also wenn er es irgendwo gegenknallt. Ja, scheiße. Oder? Ja, durch den Scheißhügel. Ja, komm. Aber siehste. Da läuft mal eine Runde wieder gut. Und dann kommt am Ende nur noch ein Scheiß. Hättest du schon bei Zeus bleiben können? Sowas kann gerne mal bei Zeus sein. Ja. 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 jetzt zweimal Schaden kommt. Okay, ich habe 62 und 88. Komm bitte schnell dagegen und dann wieder zurück. Oder so. Das ist sehr gut, dass sie nebeneinander sind, aber jetzt ist es wieder da. Hättest du das gewusst? Alter, willst du mich verarschen? Ich möchte die ganze Zeit die Geißerbombe benutzen und jetzt schon zum dritten Mal in meiner Runde kommt sowas. Davor zwei Portale und jetzt ein schwarzes Loch. Ich kann mich selber betrügen. So, ich hätte wahrscheinlich jetzt auch schon unter 100 Lebenspunkte haben können. Aber ich werde ja wieder die Scheißrunde verlieren durch Betrug. Sowas ist echt zum Kotzen. Wisst ihr, peckt euch. Ich glaube, ich werde dieses Spiel pausieren oder abbrechen. Wenn es weiter so sein wird. Was war das denn jetzt? Seit wann können die zwei gleichzeitig abschießen? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war's. Das war's. Sorry, ich bin grad aggro. Wieder einmal. Aber ihr seht es ja selber, wie das Spiel betrügt. Und das will ich zum allerersten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ach, da kommt sogar noch Feuer, bemerke ich gerade. Und das war's. Und das war's. Und das war's. Und das war's. Ach so, ich war halt im Blick daneben. Und das war's. Und das war's. Und das war's. Und das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Der muss definitiv sitzen Nein, was mache ich denn da? Schade, ich hatte es gefeiert, wenn er das hier getroffen hätte Ach, dann versuche ich da Wert Ist es diesmal meine Runde, dass ich das schaffe oder nicht? Oder kommt dann wieder ein Betrug? Hades Einer angriff und Poseidon ist tot Das war's für mich, das war's für mich Das war's für mich, das war's für mich Ich könnte es mit der Sniper versuchen Denn die macht ja auch ordentlichen Schaden Aber ich glaube, die werde ich mehr daneben treffen Oder? Jawohl, endlich mal Zwei in einer Runde besiegt Achso, der hat auch Schaden bekommen Er hatte nur zwei Punkte mehr gehabt So, jetzt muss ich gucken, wie ich ihn besiegen kann Nochmal, ich stand hier so Ach, scheiße Hä? Was war denn das denn jetzt? Hä? Er stimmt, der hatte Lebenspunkte verloren Weil er sich selber Schaden gemacht hat Hier, Wasser, löschter, Feuer Also mindestens einer trefft mich immer Wird jetzt der Gegner wieder supported Okay, weniger Kraft Derического Er Achso, nee, das ist ja nicht das, was ich gedacht hatte. Das waren ja die anderen. Das war ja hier. Nicht die Dornen, sondern was anderes. Ihr Bananen sind gesund. Was? Wie kann ich... Ja, klar. Also dieser Kampf wird definitiv etwas länger dauern. Gegen Hades. Er ist ja nicht nur der Schwärste, sondern... ...mit Zielen... Er kann nicht gut zielen. Komm, drifte es. Und... ...umportel dich dann hier. Schade. Ja, klar. Kommt schon, er hat noch 77 Lebenspunkte. Perfekt. 25 Schaden hat's gemacht und er hat noch 25... äh 52 Lebenspunkte. Ähm... Nach einem Eingriff. Erdbeben? Schade. Endlich geschafft! Quadrat. Der ist da unten. Tri-Night. Tri-Night. Ah, geil. Okay. Per Null-Ti-Mate. Wird die vorletzte Kampagne sein. Ich bedanke mich, dass ihr ihr dann zugesehen habt. Hat mir... Es tut mir leid, auch wegen die leichten Kraftaufdrücke, aber... Ich denke mal, die sind uns einig, dass solche Level jemanden richtig, auf den die Nerven geht. Ja... Ja... Nur noch 20 Level insgesamt. Finely Curvers. Variety Show. Y-S-MX plus B. Winterwarm. Get Lucky. Over and Back. Crowded. Lobsided. Hauberhauer. Die Accurate. Werden die nächsten Level sein. In... P-Null-Ti-Mate. Äh, egal. Ich kann heute nicht mehr reden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.